Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir entwickeln sozial-ökologische Perspektiven auf Technik und Digitalisierung. Eine profitorientierte Entwicklung von digitalen Geräten und Software, bei der ungefragt Daten gesammelt werden und soziale Ungerechtigkeiten verschärft werden, ermöglicht kein gutes Leben für alle. Wir fragen daher, wie könnte stattdessen eine demokratisch gestaltete digitale Technik aussehen, die Menschen dazu befähigt, Software und Daten selbstbestimmt zu verwenden und in der technische Geräte langlebig und reparierbar sind. Im Projekt Digital bewegt diskutieren wir mit Menschen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und der Tech-Szene die Rolle der Digitalisierung in den drei Bereichen Mobilität, Kommunikation und Logistik. Hilfe uns weiterzumachen! Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig. Danke! Spendier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020